Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Michael. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. Und du? Mir geht es gut, danke. Und du? Ich bin auch gut. Ich bin auch gut. Was gibt es zum Frühstück? Was gibt es zum Frühstück? Ich habe Rührei und Toast gemacht. Ich habe Rührei und Toast gemacht. Es klingt köstlich. Es klingt köstlich. Hol dir einen Kaffee. Hol dir einen Kaffee. Danke. Ich kann ein Glas haben. Danke. Ich kann ein Glas haben. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Nicht wirklich. Ich hatte Probleme beim Einschlafen. Nicht wirklich. Ich hatte Probleme beim Einschlafen. Vielleicht sollten sie vor dem Schlafen gehen einen Kräutertee probieren. Vielleicht sollten sie vor dem Schlafen gehen einen Kräutertee probieren. Das hört sich gut an. Ich werde es heute Abend versuchen. Das hört sich gut an. Ich werde es heute Abend versuchen. Wie war die Arbeit gestern? Wie war die Arbeit gestern? Ich war beschäftigt, habe es aber geschafft, alles zu Ende zu bringen. Ich war beschäftigt, habe es aber geschafft, alles zu Ende zu bringen. Du arbeitest immer hart. Du arbeitest immer hart. Nun, er bezahlt die Rechnungen. Nun, er bezahlt die Rechnungen. Apropos Rechnungen. Vergessen Sie nicht, diese Woche die Miete zu bezahlen. Apropos Rechnungen. Vergessen Sie nicht, diese Woche die Miete zu bezahlen. Ich werde nicht vergessen. Ich werde nicht vergessen. Hast du gehört, dass Sarah verlobt ist? Hast du gehört, dass Sarah verlobt ist? Ja, ich habe es auf Facebook gesehen. Ja, ich habe es auf Facebook gesehen. Sie sind ein sehr süßes Paar. Sie sind ein sehr süßes Paar. Ja, genau so. Ja, genau so. Was hast du am Wochenende vor? Was hast du am Wochenende vor? Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen. Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen. Klingt lustig. Kann ich mitmachen? Klingt lustig. Kann ich mitmachen? Je mehr, desto besser. Großartig. Ich werde ein paar Snacks mitbringen. Großartig. Ich werde ein paar Snacks mitbringen. Es sieht aus wie ein Plan. Es sieht aus wie ein Plan. Hast du übrigens in letzter Zeit mit deiner Gitarre gespielt? Hast du übrigens in letzter Zeit mit deiner Gitarre gespielt? Nicht so viel, wie ich möchte. Ich war mit der Arbeit beschäftigt. Nicht so viel, wie ich möchte. Ich war mit der Arbeit beschäftigt. Dafür sollten Sie sich etwas Zeit nehmen. Musik entspannt. Dafür sollten Sie sich etwas Zeit nehmen. Musik entspannt. Du hast recht. Ich werde es wieder nehmen. Du hast recht. Ich werde es wieder nehmen. Das Abendessen war köstlich, Michael. Das Abendessen war köstlich, Michael. Danke, Maria. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Danke, Maria. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Was gibt es als Nachtisch? Was gibt es als Nachtisch? Ich habe Schokoladenkekse gemacht. Ich habe Schokoladenkekse gemacht. Sehr gut. Kann ich eins haben? Sehr gut. Kann ich eins haben? Bedienen Sie sich. Bedienen Sie sich. Diese sind erstaunlich. Haben Sie ein spezielles Rezept verwendet? Diese sind erstaunlich. Haben Sie ein spezielles Rezept verwendet? Einer der Klassiker meiner Oma. Einer der Klassiker meiner Oma. Es ist also ein Familiengeheimnis? Es ist also ein Familiengeheimnis? Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Michael, erinnerst du dich an unseren Strandausflug letzten Sommer? Michael, erinnerst du dich an unseren Strandausflug letzten Sommer? Natürlich werde ich es nie vergessen. Natürlich werde ich es nie vergessen. Es war eine großartige Zeit. Es war eine großartige Zeit. Wir sollten bald eine weitere Reise planen. Wir sollten bald eine weitere Reise planen. Ich würde es lieben. Wohin sollen wir als nächstes gehen? Ich würde es lieben. Wohin sollen wir als nächstes gehen? Wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge? Wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge? Klingt abenteuerlich. Lass es uns tun. Klingt abenteuerlich. Lass es uns tun. Es ist also ein Date. Es ist also ein Date. Michael, verfolgst du die Nachrichten? Michael, verfolgst du die Nachrichten? Nicht wirklich. Ich war sehr beschäftigt. Ist etwas Wichtiges im Gange? Nicht wirklich. Ich war sehr beschäftigt. Ist etwas Wichtiges im Gange? Ja. Eine große Wahl steht vor der Tür. Ja. Eine große Wahl steht vor der Tür. Ah. Das sollte mir auf jeden Fall bewusst sein. Ah. Das sollte mir auf jeden Fall bewusst sein. Es ist wichtig, abzustimmen und unsere Stimmen gehört zu bekommen. Es ist wichtig, abzustimmen und unsere Stimmen gehört zu bekommen. Du hast recht, Maria. Ich sorge dafür, dass sie sich anmelden. Du hast recht, Maria. Ich sorge dafür, dass sie sich anmelden. Das ist der Geist. Das ist der Geist. Mary, erinnerst du dich an unser erstes Date? Mary, erinnerst du dich an unser erstes Date? Natürlich war es in diesem gemütlichen kleinen Kaffee. Natürlich war es in diesem gemütlichen kleinen Kaffee. Ich war so nervös. Ich war so nervös. Ich bin froh, dass wir diese Chance genutzt haben. Ich bin Michael. Ich bin Michael. Mary, ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Mary, ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Was ist passiert? Was ist passiert? Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Oh mein Gott! Michael! Ja! Ja! Tausendmal ja! Oh mein Gott! Michael! Ja! Ja! Tausendmal ja! Ich bin sehr glücklich, Maria! Ich bin sehr glücklich, Maria! Ich liebe dich sehr! Ich liebe dich sehr! Ich liebe dich auch! Ich liebe dich auch! Wir werden ein schönes Leben zusammen haben! Wir werden ein schönes Leben zusammen haben! Das werden wir wirklich! Das werden wir wirklich! Michael! Lass uns mit etwas Champagner feiern! Michael! Lass uns mit etwas Champagner feiern! Sieht aus wie ein Plan! Sieht aus wie ein Plan! Ein Hoch auf unsere Zukunft! Ein Hoch auf unsere Zukunft! Prost! Prost! Michael! Wann sollten wir deiner Meinung nach heiraten? Michael! Wann sollten wir deiner Meinung nach heiraten? Wie wäre es mit dem nächsten Sommer? Wie wäre es mit dem nächsten Sommer? So haben wir genügend Zeit, alles zu planen! So haben wir genügend Zeit, alles zu planen! Und es wird eine wunderschöne Hochzeit im Freien sein! Und es wird eine wunderschöne Hochzeit im Freien sein! Ich kann es kaum erwarten! Ich kann es kaum erwarten! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Michael! Wir sollten alle unsere Freunde und Familie einladen! Michael! Wir sollten alle unsere Freunde und Familie einladen! Auf jeden Fall gilt! Je mehr, desto besser! Auf jeden Fall gilt! Je mehr, desto besser! Es wird die Hochzeit des Jahres! Es wird die Hochzeit des Jahres! Ich habe keinen Zweifel! Ich habe keinen Zweifel! Michael! Lass uns tanzen! Michael! Lass uns tanzen! Zufriedenheit! Zufriedenheit! Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens! Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens! Ich auch! Mary! Ich auch! Mary! Ich kann nicht glauben, dass wir heiraten! Ich kann nicht glauben, dass wir heiraten! Das ist ein wahrgewordener Traum! Das ist ein wahrgewordener Traum! Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können! Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können! Und ich liebe dich von ganzem Herzen! Und ich liebe dich von ganzem Herzen! Für immer und ewig! Für immer und ewig! Für immer und ewig! Für immer und ewig! Michael, lass uns gemeinsam alt werden. Michael, lass uns gemeinsam alt werden. Das ist der Plan, Mary. Das ist der Plan, Mary. Sonst hätte ich es nicht haben können. Sonst hätte ich es nicht haben können. Ein Hoch auf unsere Liebe. Ein Hoch auf unsere Liebe. Prost. Prost. Mary, was ist dein liebster gemeinsamer Moment? Mary, was ist dein liebster gemeinsamer Moment? Es gibt so viele, aber unsere erste Reise nach Paris sticht heraus. Es gibt so viele, aber unsere erste Reise nach Paris sticht heraus. Oh ja, der Eiffelturm und all diese Croissants. Oh ja, der Eiffelturm und all diese Croissants. Es war wie ein Märchen. Es war wie ein Märchen. Eines Tages müssen wir zurückkehren. Eines Tages müssen wir zurückkehren. Auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir unsere Kinder mitnehmen. Auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir unsere Kinder mitnehmen. Das sieht nach einem Plan aus. Das sieht nach einem Plan aus. Michael, erinnerst du dich, als wir unser erstes Haustier bekamen? Michael, erinnerst du dich, als wir unser erstes Haustier bekamen? Wie konnte ich das vergessen? Dieser kleine Welpe hat unsere Herzen gestohlen. Wie konnte ich das vergessen? Dieser kleine Welpe hat unsere Herzen gestohlen. Und wir nannten ihn Maximal. Und wir nannten ihn Maximal. Es hat so viel Glück in unser Leben gebracht. Es hat so viel Glück in unser Leben gebracht. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Ich bin auch Mary. Er war ein besonderer Teil unserer Familie. Ich bin auch Mary. Er war ein besonderer Teil unserer Familie. Besuchen wir dieses Wochenende sein Grab. Besuchen wir dieses Wochenende sein Grab. Dies ist eine sehr gute Idee. Dies ist eine sehr gute Idee. Michael, ich bin so dankbar für das Leben, das wir zusammen hatten. Michael, ich bin so dankbar für das Leben, das wir zusammen hatten. Ich bin auch Mary. Ich könnte mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Ich bin auch Mary. Ich könnte mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Du vervollständigst mich. Du vervollständigst mich. Und du vervollständigst mich. Und du vervollständigst mich. Michael für uns. Michael für uns. Für uns. Maria. Für uns. Maria. Ich liebe dich mehr jeden Tag. Ich liebe dich mehr jeden Tag. Und ich liebe dich immer mehr. Und ich liebe dich immer mehr. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, ich bin Michael. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo, ich bin Michael. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo Michael. Ich bin Mary. Freut mich, Sie kennenzulernen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Freust du dich auf die Reise? Ja, ich bin es. Ich fliege zum ersten Mal. Ja, ich bin es. Ich fliege zum ersten Mal. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist sicher. Hast du alles eingepackt? Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist sicher. Hast du alles eingepackt? Das denke ich auch. Ich habe mein Gepäck noch einmal überprüft. Das denke ich auch. Ich habe mein Gepäck noch einmal überprüft. Großartig. Wo gehst du hin? Großartig. Wo gehst du hin? Ich fahre zu einem Geschäftstreffen nach New York. Ich fahre zu einem Geschäftstreffen nach New York. Das klingt interessant. Ich besuche dort meine Freunde. Das klingt interessant. Ich besuche dort meine Freunde. Waren Sie schon einmal in New York? Waren Sie schon einmal in New York? Ja, mehrmals. Wunderschöne Stadt. Ja, mehrmals. Wunderschöne Stadt. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Reisen Sie zum ersten Mal alleine? Ja, ich reise normalerweise mit meiner Familie. Ja, ich reise normalerweise mit meiner Familie. Es wird dir gut gehen. Flugbegleiter sind hilfreich. Es wird dir gut gehen. Flugbegleiter sind hilfreich. Danke, das ist beruhigend. Danke, das ist beruhigend. Wie lange dauert Ihr Flug? Wie lange dauert Ihr Flug? Etwa vier Stunden Flug. Etwa vier Stunden Flug. Das ist nicht so schlimm. Bringen Sie ein Buch mit oder schauen Sie sich einen Film an. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Bringen Sie ein Buch mit oder schauen Sie sich einen Film an. Ich habe meinen Kindle eingepackt, damit ich viel zu lesen habe. Clevere Wahl. Ich habe auch mein Tablet mitgebracht. Clevere Wahl. Ich habe auch mein Tablet mitgebracht. Habt Ihr Reisetipps? Habt Ihr Reisetipps? Seien Sie nicht dehydriert und versuchen Sie, im Flugzeug zu schlafen. Ich werde daran denken. Ich werde daran denken. Oh, hier kommt die Flugbegleiterin. Oh, hier kommt die Flugbegleiterin. Hallo, können wir bitte etwas Wasser haben? Hallo, können wir bitte etwas Wasser haben? Dankeschön. Dankeschön. Also, Michael, was machst du beruflich? Also, Michael, was machst du beruflich? Ich bin Softwareentwickler. In Ordnung und du? Ich bin Softwareentwickler. In Ordnung und du? Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Sehr cool. Wir haben ähnliche Interessen. Sehr cool. Wir haben ähnliche Interessen. Ja. Technologie ist faszinierend. Ja. Technologie ist faszinierend. Es ist Zeit, unsere Sicherheitsgurte anzulegen. Flugzeug startet. Auf geht's. Ich hoffe, dass es ein reibungsloser Flug wird. Auf geht's. Ich hoffe, dass es ein reibungsloser Flug wird. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind in guten Händen. Freude am Fahren. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind in guten Händen. Freude am Fahren. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie geht's? Hallo, Mary. Wie geht's? Hallo, Michael. Mir geht es gut. Danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Sind Sie mit der Party zufrieden? Ich bin auch gut. Sind Sie mit der Party zufrieden? Ja. Tolles Treffen. Hast du jemanden Interessantes kennengelernt? Ja. Tolles Treffen. Hast du jemanden Interessantes kennengelernt? Noch nicht. Noch nicht. Aber ich bin gerade erst angekommen. Ich hoffe, heute Abend neue Freunde zu finden. Das ist der Geist. Was machst du in letzter Zeit? Das ist der Geist. Was machst du in letzter Zeit? Ich arbeite hart. Versuche aber auch zu reisen, wann immer ich kann. Du. Ich arbeite hart. Versuche aber auch zu reisen, wann immer ich kann. Du. Ich war auch beruflich beschäftigt, habe aber vor kurzem ein neues Hobby angefangen. Malen. Tisch. Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Tisch. Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Ich mache hauptsächlich Landschafts- und abstrakte Arbeiten. So entspannend. Ich mache hauptsächlich Landschafts- und abstrakte Arbeiten. So entspannend. Ich würde gerne irgendwann einige ihrer Arbeiten sehen. Klar. Ich zeige euch ein paar Bilder von meinem Handy. Klar. Ich zeige euch ein paar Bilder von meinem Handy. Danke. Ich freue mich darauf. Danke. Ich freue mich darauf. Übrigens. Haben Sie das Essen hier probiert? Lecker. Übrigens. Haben Sie das Essen hier probiert? Lecker. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass die Tacos großartig sind. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass die Tacos großartig sind. Diese. Lass uns später zusammen etwas trinken. Diese. Lass uns später zusammen etwas trinken. Es sieht aus wie ein Plan. Kommen Sie oft zu diesen Partys? Es sieht aus wie ein Plan. Kommen Sie oft zu diesen Partys? Ab und zu. Eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Ab und zu. Eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Ich stimme zu. Es ist immer interessant, neue Leute kennenzulernen. Ich stimme zu. Es ist immer interessant, neue Leute kennenzulernen. Definitiv. Kennen Sie unsere Gastgeberin Sarah? Sie ist schön. Definitiv. Kennen Sie unsere Gastgeberin Sarah? Sie ist schön. Ich habe dieses Vergnügen noch nicht erlebt. Aber ich werde auf jeden Fall Hallo sagen. Sie sind Ihr Eigentum. Sehr gastfreundlich. Sie sind Ihr Eigentum. Sehr gastfreundlich. Was gefällt dir auf solchen Partys am besten? Was gefällt dir auf solchen Partys am besten? Ich liebe die Musik und die Möglichkeit, mit meinen Freunden zu tanzen. Ich liebe die Musik und die Möglichkeit, mit meinen Freunden zu tanzen. Tanzen ist nicht wirklich mein Ding. Aber ich werde es versuchen. Tanzen ist nicht wirklich mein Ding. Aber ich werde es versuchen. Das ist der Geist. Hab einfach Spaß. Das ist der Geist. Hab einfach Spaß. Wird machen. Also. Welche Art von Musik stehst du? Wird machen. Also. Welche Art von Musik stehst du? Ich mag von allem ein bisschen. Aber ich liebe Indie, Rock und Pop. Ich mag von allem ein bisschen. Aber ich liebe Indie, Rock und Pop. Schön. Habt ihr Lieblingsbands oder Künstler? Schön. Habt ihr Lieblingsbands oder Künstler? Ich bin ein großer Fan von Arctic Monkeys und Florence plus The Machine. Ich bin ein großer Fan von Arctic Monkeys und Florence plus The Machine. Tolle Auswahl. Ich mag auch ihre Musik. Tolle Auswahl. Ich mag auch ihre Musik. Wir müssen tanzen, während wir einige ihrer Lieder spielen. Wir müssen tanzen, während wir einige ihrer Lieder spielen. Zustimmen. Haben sie bevorstehende Reisepläne? Zustimmen. Haben sie bevorstehende Reisepläne? Im Moment nicht. Aber ich denke darüber nach, nächstes Jahr eine Reise nach Europa zu machen. Im Moment nicht. Aber ich denke darüber nach, nächstes Jahr eine Reise nach Europa zu machen. Europa ist unglaublich. Wohin willst du gehen? Europa ist unglaublich. Wohin willst du gehen? Italien und Frankreich stehen ganz oben auf meiner Liste. In Ordnung und du? Italien und Frankreich stehen ganz oben auf meiner Liste. In Ordnung und du? Ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur dort fasziniert mich. Ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur dort fasziniert mich. Japan klingt unglaublich. Ich hoffe, dass du eines Tages gehst. Japan klingt unglaublich. Ich hoffe, dass du eines Tages gehst. Danke Maria. Was ist bisher ihr Lieblingsreiseziel? Danke Maria. Was ist bisher ihr Lieblingsreiseziel? Ich habe mich in Griechenland verliebt, als ich letzten Sommer dort war. Ich habe mich in Griechenland verliebt, als ich letzten Sommer dort war. Griechenland ist unglaublich, besonders die Inseln. Griechenland ist unglaublich, besonders die Inseln. Ja, Santorini war ein wahrgewordener Traum. Ja, Santorini war ein wahrgewordener Traum. Glück gehabt. Ich habe deine Fotos gesehen und es sieht atemberaubend aus. Glück gehabt. Ich habe deine Fotos gesehen und es sieht atemberaubend aus. Das sollten Sie bei Ihrem nächsten Abenteuer berücksichtigen. Das sollten Sie bei Ihrem nächsten Abenteuer berücksichtigen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat. Kein Problem. Immer. Hast du ein Haustier? Kein Problem. Immer. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Muschdache. Er ist ziemlich frech. Ich habe eine Katze namens Muschdache. Er ist ziemlich frech. Katzen können so sein. Ich habe einen Hund namens Maximal. Katzen können so sein. Ich habe einen Hund namens Maximal. Hunde sind sehr treu und liebevoll. Hunde sind sehr treu und liebevoll. Diese Max ist für mich wie eine Familie. Diese Max ist für mich wie eine Familie. Das ist toll. Haustiere machen unserem Leben so viel Freude. Das ist toll. Haustiere machen unserem Leben so viel Freude. Es ist sicherlich. In Ordnung und du? Magst du Tiere? Es ist sicherlich. In Ordnung und du? Magst du Tiere? Ja. Aber ich bin eher ein Katzenmensch. Katzen haben einen einzigartigen Reiz. Hast du Geschwister? Katzen haben einen einzigartigen Reiz. Hast du Geschwister? Ja. Ich habe einen Bruder und eine ältere Schwester. Du? Ja. Ich habe einen Bruder und eine ältere Schwester. Du? Ich habe zwei Schwestern, beide älter als ich. Ich habe zwei Schwestern, beide älter als ich. Große Familientreffen sollen Spaß machen. Große Familientreffen sollen Spaß machen. Vor allem in den Ferien. Vor allem in den Ferien. Apropos Feiertage. Haben sie Pläne für Weihnachten? Apropos Feiertage. Haben sie Pläne für Weihnachten? Ich werde wahrscheinlich meine Familie besuchen und Geschenke austauschen. Du? Ich werde wahrscheinlich meine Familie besuchen und Geschenke austauschen. Du? Ich werde dasselbe tun. Es ist eine besondere Zeit des Jahres. Ich werde dasselbe tun. Es ist eine besondere Zeit des Jahres. Ist es wirklich? Die Dekorationen und die festliche Stimmung sind wunderbar. Ist es wirklich? Die Dekorationen und die festliche Stimmung sind wunderbar. Annahme. Haben sie Feiertagstraditionen? Annahme. Haben sie Feiertagstraditionen? Wir backen immer gemeinsam Kekse und schauen uns Weihnachtsfilme an. Wir backen immer gemeinsam Kekse und schauen uns Weihnachtsfilme an. Es klingt bequem und macht Spaß. Ich mag die Idee der Tradition. Es klingt bequem und macht Spaß. Ich mag die Idee der Tradition. Dadurch fühlen sich die Feiertage noch spezieller an. Dadurch fühlen sich die Feiertage noch spezieller an. Sind sie schon einmal in den Ferien verreist? Sind sie schon einmal in den Ferien verreist? Ich war einmal über Silvester in New York. Es war magisch. Ich war einmal über Silvester in New York. Es war magisch. Der Times Square muss an Silvester wunderschön gewesen sein. Der Times Square muss an Silvester wunderschön gewesen sein. Es war voll, aber die Energie war Elektrizität. Es war voll, aber die Energie war Elektrizität. Ich würde es gerne eines Tages erleben. Ich würde es gerne eines Tages erleben. Sie sind ihr Eigentum. Eine Erfahrung, die einer To-Do-Liste würdig ist. Sie sind ihr Eigentum. Eine Erfahrung, die einer To-Do-Liste würdig ist. Ich werde das bei meinen Zukunftsplänen im Hinterkopf behalten. Danke Maria. Ich werde das bei meinen Zukunftsplänen im Hinterkopf behalten. Danke Maria. Gern geschehen also. Was machst du beruflich, Michael? Gern geschehen also. Was machst du beruflich, Michael? Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Rasant, aber spannend. Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Rasant, aber spannend. Marketing kann herausfordernd, aber lohnend sein. Marketing kann herausfordernd, aber lohnend sein. Eigentlich hält mich das auf Trab. Was ist mit dir? Eigentlich hält mich das auf Trab. Was ist mit dir? Ich bin Grafikdesigner bei einer Werbeagentur. Ich bin Grafikdesigner bei einer Werbeagentur. Das sieht nach einem kreativen und dynamischen Job aus. Das sieht nach einem kreativen und dynamischen Job aus. Das. Ich liebe es, Ideen durch Design zum Leben zu erwecken. Das. Ich liebe es, Ideen durch Design zum Leben zu erwecken. Ich bewundere Menschen, die das können. Es erfordert Talent. Ich bewundere Menschen, die das können. Es erfordert Talent. Danke Michael. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Ich liebe Brainstorming-Sitzungen und die Möglichkeit, innovativ zu sein. Ich liebe Brainstorming-Sitzungen und die Möglichkeit, innovativ zu sein. Innovation ist im heutigen wettbewerbsintensiven Markt von entscheidender Bedeutung. Innovation ist im heutigen wettbewerbsintensiven Markt von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Das ist es, was uns an der Spitze hält. Definitiv. Das ist es, was uns an der Spitze hält. Haben Sie Hobbys außerhalb der Arbeit? Haben Sie Hobbys außerhalb der Arbeit? Ich gehe gerne spazieren und fotografiere. In Ordnung und du? Ich gehe gerne spazieren und fotografiere. In Ordnung und du? Neben dem Malen liebe ich auch das Lesen von Büchern und das Spazierengehen. Neben dem Malen liebe ich auch das Lesen von Büchern und das Spazierengehen. Wann dann scheint ein gemeinsames Interesse zu sein? Irgendwann sollten wir zusammen gehen. Wann dann scheint ein gemeinsames Interesse zu sein? Irgendwann sollten wir zusammen gehen. Klingt nach einer tollen Idee, Michael. Klingt nach einer tollen Idee, Michael. Dann ist es ein Date. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Dann ist es ein Date. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. In Ordnung und du? Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. In Ordnung und du? Ich bin ein Science-Fiction-Fan. Daher liebe ich Frank Herbert's Dune. Dune. Ich bin ein Science-Fiction-Fan. Daher liebe ich Frank Herbert's Dune. Das sind die Klassiker. Ich muss mir Dune mal ansehen. Das sind die Klassiker. Ich muss mir Dune mal ansehen. Eine tolle Lektüre. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, wenn Sie dies tun. Eine tolle Lektüre. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, wenn Sie dies tun. Wird machen. Sind Sie ein Morgenmensch oder eine Nachtteule? Wird machen. Sind Sie ein Morgenmensch oder eine Nachtteule? Auf jeden Fall eine Nachtteule. Ich mache meinen besten Job spät in der Nacht. Auf jeden Fall eine Nachtteule. Ich mache meinen besten Job spät in der Nacht. Ich bin das Gegenteil. Der Morgen ist meine produktivste Zeit. Ich bin das Gegenteil. Der Morgen ist meine produktivste Zeit. Es ist interessant, wie unterschiedlich unser Energieniveau sein kann. Es ist interessant, wie unterschiedlich unser Energieniveau sein kann. Ja, genau so. Es macht die Welt vielfältig und spannend. Ja, genau so. Es macht die Welt vielfältig und spannend. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Was das Leben interessant macht, ist Vielfalt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Was das Leben interessant macht, ist Vielfalt. Sehr richtig. Das macht solche Gespräche angenehm. Sehr richtig. Das macht solche Gespräche angenehm. Definitiv. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Definitiv. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin Michael. Es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ich bin Michael. Es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ebenso Maria. Lasst uns den Rest der Party genießen. Ebenso Maria. Lasst uns den Rest der Party genießen. Es sieht aus wie ein Plan. Lasst uns die Tacos holen. Es sieht aus wie ein Plan. Lasst uns die Tacos holen. Tacos sind. Zeig den Weg, Mary. Tacos sind. Zeig den Weg, Mary. Folge mir in den Taco-Himmel, Michael. Folge mir in den Taco-Himmel, Michael. Ich stehe hinter dir. Ich bin bereit für etwas Geschmack. Ich stehe hinter dir. Ich bin bereit für etwas Geschmack. Eine Party organisieren. Eine Party organisieren. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie läuft es in deinem Auto? Guten Morgen Maria. Wie läuft es in deinem Auto? Guten Morgen Michael. Es ist nicht großartig. Es macht ein seltsames Geräusch. Guten Morgen Michael. Es ist nicht großartig. Es macht ein seltsames Geräusch. Ich verstehe. Mal sehen. Wann haben Sie das Geräusch zum ersten Mal bemerkt? Ich verstehe. Mal sehen. Wann haben Sie das Geräusch zum ersten Mal bemerkt? Nur gestern. Seitdem beschäftigt es mich. Nur gestern. Seitdem beschäftigt es mich. In Ordnung. Können Sie den Lärm beschreiben? Ein Klicken oder ein Summen. In Ordnung. Können Sie den Lärm beschreiben? Ein Klicken oder ein Summen. Es ist eher ein Klickgeräusch. Besonders wenn ich es drehe. Es ist eher ein Klickgeräusch. Besonders wenn ich es drehe. Ich verstehe. Lassen Sie mich die Reifen und die Federung überprüfen. Bitte warten Sie im Wartebereich. Ich verstehe. Lassen Sie mich die Reifen und die Federung überprüfen. Bitte warten Sie im Wartebereich. Danke Michael. Ich schätze Ihre Hilfe. Danke Michael. Ich schätze Ihre Hilfe. Mary. Ich habe das Problem gefunden. Ihr rechtes Vorderradlager ist verschlissen. Mary. Ich habe das Problem gefunden. Ihr rechtes Vorderradlager ist verschlissen. Oh. Ich verstehe. Was sollen wir jetzt machen? Oh. Ich verstehe. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen es ändern. Es ist für Ihre Sicherheit notwendig. Ist das für Sie geeignet? Wir müssen es ändern. Es ist für Ihre Sicherheit notwendig. Ist das für Sie geeignet? Ja natürlich. Wie viel wird es dauern? Ja natürlich. Wie viel wird es dauern? Es wird einige Stunden dauern. Wir werden es dich wissen lassen, wenn es bereit ist. Es wird einige Stunden dauern. Wir werden es dich wissen lassen, wenn es bereit ist. In Ordnung. Dann warte ich hier. Gibt es WLAN im Wartebereich? In Ordnung. Dann warte ich hier. Gibt es WLAN im Wartebereich? Ja das tun wir. Hier ist das Passwort. Zögern Sie nicht, es zu verwenden. Ja das tun wir. Hier ist das Passwort. Zögern Sie nicht, es zu verwenden. Danke Michael. Übrigens. Trinken Sie hier Kaffee? Danke Michael. Übrigens. Trinken Sie hier Kaffee? Auf jeden Fall haben wir eine Kaffeemaschine um die Ecke. Bedienen Sie sich. Auf jeden Fall haben wir eine Kaffeemaschine um die Ecke. Bedienen Sie sich. Großartig. Ich werde einen Kaffee trinken, während ich warte. Großartig. Ich werde einen Kaffee trinken, während ich warte. Mary. Dein Auto ist fertig. Wir haben das Radlager gewechselt. Mary. Dein Auto ist fertig. Wir haben das Radlager gewechselt. Es war schnell. Wie viel schulde ich dir? Es war schnell. Wie viel schulde ich dir? Die Teile und Arbeitskosten betragen 200 Teelöffel. Die Teile und Arbeitskosten betragen 200 Teelöffel. Okay. Hier ist meine Kreditkarte. Akzeptieren Sie Visa? Okay. Hier ist meine Kreditkarte. Akzeptieren Sie Visa? Ja, das tun wir. Bitte stecken Sie Ihre Karte in den Automaten. Ja, das tun wir. Bitte stecken Sie Ihre Karte in den Automaten. Vollständig. Alles bezahlt. Vielen Dank. Michael, für deinen schnellen Service. Vollständig. Alles bezahlt. Vielen Dank. Michael, für deinen schnellen Service. Gern geschehen. Mary. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gerne wieder, wenn Sie auf Probleme stoßen. Gern geschehen. Mary. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gerne wieder, wenn Sie auf Probleme stoßen. Heime stoßen. Ich werde es tun. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Michael. Einen schönen Tag noch. Du auch. Ich werde es tun. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Michael. Einen schönen Tag noch. Du auch. Mary. Gute Reise. Du auch. Mary. Gute Reise. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Ist dieser Platz belegt? Hallo, Mary. Ist dieser Platz belegt? Nein. Es ist kostenlos. Du kannst hier sitzen. Nein. Es ist kostenlos. Du kannst hier sitzen. Danke. Ich habe gerade den vorherigen Bus verpasst. Danke. Ich habe gerade den vorherigen Bus verpasst. Das ist sehr bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich. Ja. Ich musste rennen, um das zu fangen. Ja. Ich musste rennen, um das zu fangen. Ich hoffe, Sie haben nichts Wichtiges verpasst. Ich hoffe, Sie haben nichts Wichtiges verpasst. Es ist nur ein Treffen, aber es kann verschoben werden. Es ist nur ein Treffen, aber es kann verschoben werden. Dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Wie läuft übrigens dein Tag? Wie läuft übrigens dein Tag? Es war intensiv, aber nichts Außergewöhnliches. Es war intensiv, aber nichts Außergewöhnliches. Ich verstehe. Fahren Sie jeden Tag mit diesem Bus? Ich verstehe. Fahren Sie jeden Tag mit diesem Bus? Ja. Ich pendle dafür zur Arbeit. Ja. Ich pendle dafür zur Arbeit. Das ist praktisch. Ich benutze es gelegentlich. Das ist praktisch. Ich benutze es gelegentlich. Für mich kostengünstig. Für mich kostengünstig. Ich sollte darüber nachdenken, es öfter einzunehmen. Ich sollte darüber nachdenken, es öfter einzunehmen. Sie sind Ihr Eigentum. Es ist auch besser für die Umwelt. Sie sind Ihr Eigentum. Es ist auch besser für die Umwelt. Du hast recht. Ich werde darüber nachdenken. Du hast recht. Ich werde darüber nachdenken. Habt Ihr Pläne für den Abend? Habt Ihr Pläne für den Abend? Nicht wirklich. Nur ein paar Besorgungen zu erledigen. Nicht wirklich. Nur ein paar Besorgungen zu erledigen. Ebenso muss ich Lebensmitteleinkäufe erledigen. Ebenso muss ich Lebensmitteleinkäufe erledigen. Vielleicht sollten wir uns das Auto irgendwann teilen. Vielleicht sollten wir uns das Auto irgendwann teilen. Das ist eine gute Idee. Es spart Geld und reduziert Emissionen. Das ist eine gute Idee. Es spart Geld und reduziert Emissionen. Ich bin froh, dass du so denkst. Ich bin froh, dass du so denkst. Haben Sie in letzter Zeit eine gute Fernsehsendung gesehen? Haben Sie in letzter Zeit eine gute Fernsehsendung gesehen? Ich habe eine neue Serie auf Netflix gestartet. Sehr interessant. Ich habe eine neue Serie auf Netflix gestartet. Sehr interessant. Um was geht es hierbei? Um was geht es hierbei? Ein Krimidrama, das in New York spielt. Ein Krimidrama, das in New York spielt. Hört sich interessant an. Ich kann überprüfen. Hört sich interessant an. Ich kann überprüfen. Lassen Sie es mich wissen, wenn ja, dann können wir es besprechen. Lassen Sie es mich wissen, wenn ja, dann können wir es besprechen. Ich werde dies tun. Ich werde dies tun. Hast du irgendwelche Hobbys? Hast du irgendwelche Hobbys? In meiner Freizeit male und lese ich gerne Bücher. In meiner Freizeit male und lese ich gerne Bücher. Das ist toll. Früher habe ich Gitarre gespielt. Aber in letzter Zeit finde ich keine Zeit mehr. Du solltest es dir noch einmal besorgen, wenn du kannst. Du solltest es dir noch einmal besorgen, wenn du kannst. Ich vermisse. Ich denke drüber nach. Ich vermisse. Ich denke drüber nach. Hier ist meine Haltestelle. Es war schön, mit Ihnen zu plaudern. Hier ist meine Haltestelle. Es war schön, mit Ihnen zu plaudern. Das gleiche gilt hier, Mary. Einen schönen Tag noch. Das gleiche gilt hier, Mary. Einen schönen Tag noch. Du auch, Michael. Seien Sie vorsichtig. Du auch, Michael. Seien Sie vorsichtig. Tschüss. 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 Neues Gespräch. Neues Gespräch. Oh. Hallo, Maria. Wie geht es dir? Oh. Hallo, Maria. Wie geht es dir? Hallo, Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Hallo, Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ich kann raten. Was kaufen Sie heute ein? Ich kann raten. Was kaufen Sie heute ein? Nur etwas essen. Ich brauche Milch und Brot. Nur etwas essen. Ich brauche Milch und Brot. Gleicher Weg. Ich brauche auch Eier und Gemüse. Gleicher Weg. Ich brauche auch Eier und Gemüse. Lasst uns gemeinsam ein Auto kaufen und einkaufen. Lasst uns gemeinsam ein Auto kaufen und einkaufen. Tolle Idee, Michael. Tolle Idee, Michael. Bevorzugen Sie Weißbrot oder Vollkornbrot. Bevorzugen Sie Weißbrot oder Vollkornbrot. Ich mag Vollkorn. Gesünder. Ich mag Vollkorn. Gesünder. Du hast recht. Ich nehme auch Vollkorn. Du hast recht. Ich nehme auch Vollkorn. Brauchen Sie Obst? Brauchen Sie Obst? Ja. Bitte ein paar Äpfel und Bananen. Ja. Bitte ein paar Äpfel und Bananen. Ich nehme Orangen und Weintrauben. Ich nehme Orangen und Weintrauben. Wie wäre es mit ein paar Snacks? Wie wäre es mit ein paar Snacks? Vielleicht eine Tüte Chips für den Filmabend. Vielleicht eine Tüte Chips für den Filmabend. Klingt lustig. Lass uns ein paar Chips holen. Klingt lustig. Lass uns ein paar Chips holen. Vergessen Sie nicht die Salsa-Soße. Vergessen Sie nicht die Salsa-Soße. Verstanden. Mary. Salsa-Soße ist ein Muss. Verstanden. Mary. Salsa-Soße ist ein Muss. Michael. Hast du diese neue Müsli-Marke ausprobiert? Michael. Hast du diese neue Müsli-Marke ausprobiert? Nein. Ist es in Ordnung? Nein. Ist es in Ordnung? Ja. Es ist lecker und gesund. Ja. Es ist lecker und gesund. Dann werde ich es versuchen. Dann werde ich es versuchen. Was ist mit Getränken, Michael? Was ist mit Getränken, Michael? Ich nehme etwas Orangensaft und Wasser. Ich nehme etwas Orangensaft und Wasser. Ich brauche etwas Eistee und Limonade. Ich brauche etwas Eistee und Limonade. Vergessen wir nicht den Kaffee. Vergessen wir nicht den Kaffee. Oh, richtig. Ohne kann ich den Tag nicht beginnen. Oh, richtig. Ohne kann ich den Tag nicht beginnen. Ich auch nicht. Mary. Ich auch nicht. Mary. Michael. Brauchst du etwas aus dem Tiefkühlbereich? Michael. Brauchst du etwas aus dem Tiefkühlbereich? Vielleicht etwas Tiefkühlpizza für ein schnelles Abendessen. Vielleicht etwas Tiefkühlpizza für ein schnelles Abendessen. Gute Wahl. Zum Nachtisch esse ich etwas Eis. Gute Wahl. Zum Nachtisch esse ich etwas Eis. Perfekt. Eis ist meine Schwäche. Perfekt. Eis ist meine Schwäche. Ich auch. Michael. Ich auch. Michael. Mary. Lass uns jetzt zum Tresor gehen. Mary. Lass uns jetzt zum Tresor gehen. Ich gebe zu. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich gebe zu. Wir haben alles, was wir brauchen. Es war schön, zusammen einzukaufen, Mary. Es war schön, zusammen einzukaufen, Mary. Ja. Das war es, Michael. Das sollten wir öfter machen. Ja. Das war es, Michael. Das sollten wir öfter machen. Auf jeden Fall, Maria. Seien Sie vorsichtig. Auf jeden Fall, Maria. Seien Sie vorsichtig. Du auch, Michael. Tschüss. Du auch, Michael. Tschüss. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie geht es dir? Hallo, Miriam. Wie geht es dir? Hallo, Michael. Nicht schlecht. Danke. In Ordnung und du? Hallo, Michael. Nicht schlecht. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke. Welche Kurse belegen Sie dieses Semester? Mir geht es gut. Danke. Welche Kurse belegen Sie dieses Semester? Ich belege Englisch 101 und Date 203. In Ordnung und du? Ich belege Englisch 101 und Date 203. In Ordnung und du? Ich bin in Mathematik 105 und Chemie 201. Sind Sie mit dem Unterricht zufrieden? Ich bin in Mathematik 105 und Chemie 201. Sind Sie mit dem Unterricht zufrieden? Englisch ist großartig. Aber Geschichte ist etwas langweilig. In Ordnung und du? Englisch ist großartig. Aber Geschichte ist etwas langweilig. In Ordnung und du? Mathe ist schwer. Aber Chemie ist interessant. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Mathe ist schwer. Aber Chemie ist interessant. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Nur eine kleine Studie. In Ordnung und du? Nicht wirklich. Nur eine kleine Studie. In Ordnung und du? Ich denke darüber nach, mit einigen meiner Freunde ins Kino zu gehen. Möchtest du uns beitreten? Ich denke darüber nach, mit einigen meiner Freunde ins Kino zu gehen. Möchtest du uns beitreten? Danke für die Einladung. Aber ich muss eine Aufgabe erledigen. Vielleicht ein anderes Mal. Danke für die Einladung. Aber ich muss eine Aufgabe erledigen. Vielleicht ein anderes Mal. Es ist okay. Vielleicht nächstes Wochenende dann. Was magen sie tun gerne während ihrer Freizeit? Es ist okay. Vielleicht nächstes Wochenende dann. Was magen sie tun gerne während ihrer Freizeit? Ich liebe es, Bücher zu lesen und spazieren zu gehen. In Ordnung und du? Ich liebe es, Bücher zu lesen und spazieren zu gehen. In Ordnung und du? Ich liebe es, Videospiele zu spielen und Sportveranstaltungen zu schauen. Hast du Geschwister? Ich liebe es, Videospiele zu spielen und Sportveranstaltungen zu schauen. Hast du Geschwister? Ja. Ich habe einen jüngeren Bruder. Er ist in der Highschool. In Ordnung und du? Ja. Ich habe einen jüngeren Bruder. Er ist in der Highschool. In Ordnung und du? Ich habe eine ältere Schwester, die als Krankenschwester arbeitet. Leben sie gerne auf dem Campus? Ich habe eine ältere Schwester, die als Krankenschwester arbeitet. Leben sie gerne auf dem Campus? Praktisch, aber manchmal laut. In Ordnung und du? Praktisch, aber manchmal laut. In Ordnung und du? Ich wohne in einer Wohnung außerhalb des Campus. Leiser, aber ich muss pendeln. Was ist ihre Branche? Ich wohne in einer Wohnung außerhalb des Campus. Leiser, aber ich muss pendeln. Was ist ihre Branche? Ich studiere englische Literatur. In Ordnung und du? Ich studiere englische Literatur. In Ordnung und du? Ich studiere Ingenieurwesen. Schwierig, aber interessant. Welches ist ihr Lieblingsbuch? Ich studiere Ingenieurwesen. Schwierig, aber interessant. Welches ist ihr Lieblingsbuch? Ich liebe To Kill a Mockingbird. In Ordnung und du? Ich bin ein Fan von The Great Gatsby. Sind sie ins Ausland gereist? Ich bin ein Fan von The Great Gatsby. Sind sie ins Ausland gereist? Nein noch nicht. Ich hoffe, nach dem Abschluss reisen zu können. Waren sie schon einmal im Ausland? Nein noch nicht. Ich hoffe, nach dem Abschluss reisen zu können. Waren sie schon einmal im Ausland? Ja. Ich habe eine Zeit lang in Europa studiert. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Hast du ein Haustier? Ja. Ich habe eine Zeit lang in Europa studiert. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Muschdache. Magst du Tiere? Ich habe eine Katze namens Muschdache. Magst du Tiere? Ja. Ich habe einen Hund namens Buddy. Haustiere sind tolle Begleiter. Kochst du gerne? Ja. Ich habe einen Hund namens Buddy. Haustiere sind tolle Begleiter. Kochst du gerne? Ich bin nicht sehr gut darin, aber ich versuche es. In Ordnung und du? Ich bin nicht sehr gut darin, aber ich versuche es. In Ordnung und du? Ich kann tolle Spaghetti machen. Möchten sie einmal gemeinsam zu Abend essen? Ich kann tolle Spaghetti machen. Möchten sie einmal gemeinsam zu Abend essen? Klingt natürlich lustig. Lasst uns planen. Klingt natürlich lustig. Lasst uns planen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Maria. Guten Morgen Michael. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut. Danke. Sind Sie bereit für unser Projekttreffen? Mir geht es gut. Danke. Sind Sie bereit für unser Projekttreffen? Ja, ich bin es. Lasst uns beginnen. Ja, ich bin es. Lasst uns beginnen. Großartig. Sehen wir uns zunächst den Projektzeitplan an. Großartig. Sehen wir uns zunächst den Projektzeitplan an. Sicherlich. Ich denke, wir müssen klare Meilensteine setzen. Sicherlich. Ich denke, wir müssen klare Meilensteine setzen. Ich stimme zu. Wie wäre es, mit der Designphase zu beginnen? Ich stimme zu. Wie wäre es, mit der Designphase zu beginnen? Hört sich gut an. Wer wird dafür verantwortlich sein? Hört sich gut an. Wer wird dafür verantwortlich sein? Ich denke, Sarah kann mit dem Design umgehen. Erfahren. Ich denke, Sarah kann mit dem Design umgehen. Erfahren. Annahme. Was ist die Frist für die Entwurfsphase? Annahme. Was ist die Frist für die Entwurfsphase? Unser Ziel ist es, ab heute zwei Wochen zu erreichen. Unser Ziel ist es, ab heute zwei Wochen zu erreichen. Das ist vernünftig. Als nächstes müssen wir die Software kodieren. Das ist vernünftig. Als nächstes müssen wir die Software kodieren. Rechts. Ich werde mich um diesen Teil kümmern. Rechts. Ich werde mich um diesen Teil kümmern. Perfekt. Danach müssen wir es gründlich testen. Perfekt. Danach müssen wir es gründlich testen. Ja. Tests sind sehr wichtig. Ich werde die Testphase koordinieren. Ja. Tests sind sehr wichtig. Ich werde die Testphase koordinieren. Guten Morgen mein Baby. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Code dokumentieren. Guten Morgen mein Baby. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Code dokumentieren. Natürlich ist eine Dokumentation zum späteren Nachschlagen erforderlich. Natürlich ist eine Dokumentation zum späteren Nachschlagen erforderlich. Wie sieht es mit dem Gesamtliefertermin des Projekts aus? Wie sieht es mit dem Gesamtliefertermin des Projekts aus? Ich denke, wir können es in zwei Monaten fertigstellen. Ich denke, wir können es in zwei Monaten fertigstellen. Das funktioniert bei mir. Wir sollten regelmäßige Statusbesprechungen abhalten. Das funktioniert bei mir. Wir sollten regelmäßige Statusbesprechungen abhalten. Annahme. Wie wäre es jeden Freitag um 10 Uhr? Annahme. Wie wäre es jeden Freitag um 10 Uhr? Das funktioniert bei mir. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Das funktioniert bei mir. Gibt es noch etwas, das wir besprechen sollten? Wir sollten auch das Budget dieses Projekts berücksichtigen. Wir sollten auch das Budget dieses Projekts berücksichtigen. Ich werde hierfür eine Budgettabelle erstellen. Ich werde hierfür eine Budgettabelle erstellen. Es geht darum, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Etwas anderes? Es geht darum, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Etwas anderes? Mir fällt im Moment nichts anderes ein. Lassen wir uns nicht abkühlen. Mir fällt im Moment nichts anderes ein. Lassen wir uns nicht abkühlen. Definitiv. Danke Michael für das produktive Treffen. Definitiv. Danke Michael für das produktive Treffen. Danke Maria. Einen schönen Tag noch. Danke Maria. Einen schönen Tag noch. Du auch? Michael. Auf Wiedersehen. Du auch? Michael. Auf Wiedersehen.